hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei free truth media es ist donnerstag der achte september und heute wieder wie gewohnt für euch die nachrichten zusammengefasst und was uns sonst noch so bewegt und natürlich thema des tages infektionsschutzgesetz die neuen regeln ab ersten oktober heute war es soweit es war im bundestag es wurde debattiert es wurde abgestimmt und wie fast zu erwarten war wurde dieses infektionsschutzgesetz beziehungsweise die neuen regeln durchgewunken lauderbach wir gehen gut vorbereitet in den corona herbst der bundestag hat heute über den änderungen zum infektionsschutzgesetz zugestimmt mit dem gesetz sollen vor allem vulnerable gruppen im herbst und im winter besser vor einer infektion mit corona geschützt werden als in den vergangenen jahren ab oktober soll bundesweit eine maskenpflicht im fernverkehr in arztpraxen bei therapeuten und heilberufen sowie masken und testpflicht in krankenhäusern und pflegeeinrichtungen gelten ja außerdem ermöglicht das neue infektionsschutzgesetz den ländern angepasst auf die lage auf das pandemie geschehen in stufen zu reagieren wir wissen nicht wie sich die pandemie im herbst entwickelt aber wir werden diesmal gut vorbereitet sein und die lage im griff haben so bundesgesundheitsminister lauderbach heute nach der abstimmung ja darüber hinaus werden unter anderem in pflegeheimen zum beispiel beauftragte eingesetzt die sich um impfungen hygiene und medikation bei den bei der pandemie bekämpfung kümmern sollen wir gucken mal was ist denn jetzt ab 1 oktober fakt ffp2 maskenpflicht im öffentlichen personenfernverkehr medizinische masken für sechs bis 14 jährige und fürs personal masken und testnachweispflicht für den zutritt zu krankenhäusern sowie voll und teilstationären pflegeeinrichtungen unvergleichbaren einrichtungen sowie für beschäftigte in ambulanten pflegediensten unvergleichbaren dienstleistern während ihrer tätigkeit ausnahme von der testnachweispflicht ist vorgesehen für personen die in den jeweiligen einrichtungen oder von den jeweiligen dienstleistern behandelt betreut oder gepflegt werden und die ausnahme von der maskenpflicht ist vorgesehen wenn die behandlung dem tragen einer maske entgegensteht sowie für in den jeweiligen einrichtungen behandelte oder gepflegte personen in den für ihren persönlichen aufenthalt bestimmten räumlichkeiten grundsätzlich ausgenommen von der maskenpflicht sind ferner kinder unter sechs jahren personen achtung die aus medizinischen gründen keine maske tragen können sowie gehörlose und schwerhörige menschen im flugzeug ist die maskenpflicht weg am boden bleibt sie erhalten dann gibt es noch so die er die verschiedenen stufen wir hatten es ja schon mal hier als so diese eckpunkte bekannt wurden vor der sommerpause und ab 1 oktober kann dann ein bundesland folgende schutzmaßnahmen noch anordnen die maskenpflicht im öffentlichen personennahverkehr die maskenpflicht in öffentlich zugänglichen innenräumen eine zwingende ausnahme ist bei freizeitkultur oder sportveranstaltungen in freizeit und kultureinrichtungen sowie in gastronomischen einrichtungen und bei der sportausübung für personen vorzusehen die über einen testnachweis verfügen die länder können außerdem ausnahmen für diejenigen erlauben die genesen sind genesenen nachweis es gilt die bisherige 90 tagefrist oder die vollständig geimpft sind und achtung und bei denen die letzte impfung höchstens drei monate zurückliegt die verpflichtung zur testung in bestimmten gemeinschaftseinrichtungen zum beispiel einrichtungen zur unterbringung von asylbewerbern hafteinrichtungen kinderheimen sowie schulen und kindertageseinrichtungen die maskenpflicht in schulen und sonstigen ausbildungseinrichtungen für beschäftigte und für schülerinnen und schüler ab dem fünften schuljahr wenn dies zur aufrechterhaltung eines geregelten präsenz- und unterrichtsbetriebs erforderlich ist das ist die stufe eins und wir haben natürlich schon im vorfeld als die eckpunkte bekannt waren beim bundesgesundheitsministerium nachgefragt und sagen okay was ist denn jetzt wirklich vollständig geimpft könnt ihr uns die frage beantworten hier haben wir die frage gestellt seit dem dritten 28 22 sind die eckpunkte für das neue infektionsschutzgesetz bekannt geworden hierzu und zu weiteren aussagen von herrn lauderbach haben wir ein paar fragen an den bundesgesundheitsminister der auszug aus diesen eckpunkten war ausnahmen von der testnachfahrspflicht sind vorgesehen für frisch geimpfte und genesene personen sowie für personen die in den jeweiligen einrichtungen oder von den jeweiligen dienstleistern behandelt betreut oder gepflegt werden frage was bedeutet in diesem kontext frisch geimpft heißt das die dritte impfung nicht länger als drei monate zurückliegt oder dass die vierte impfung nicht länger als drei monate zurückliegt und was wäre der fall wenn die vierte impfung mehr als drei monate zurückliegt haben wir mal nachgefragt haben auch eine antwort bekommen dritte punkt oder jede weitere impfung darf nicht länger als drei monate zurückliegen liegen die voraussetzungen nicht vor kann auch die ausnahme von der testnachfahrspflicht nicht greifen das war die antwort ja vom bundesgesundheitsministerium also dritte oder jede weitere impfung darf nicht länger als drei monate zurückliegen wir haben heute noch mal erneut dort angefragt erklärt uns bitte noch mal was ist ich bin vier mal geimpft und meine vierte impfung liegt länger als drei monate zurück zum beispiel vier monate bin ich dann schon wieder raus aus dem ganzen spiel einfach nur noch mal nachgefragt dass es hier keine verwirrung gibt antwort ist noch offen wir hoffen dass wir sie bis morgen bekommen dann geht es weiter die stufe zwei was die länderschefs dann in den jeweiligen ländern separat noch entscheiden können es muss dann natürlich in die in das landesparlament und da muss es dann entschlossen werden das heißt es ist alles kann nichts muss die grundregeln haben wir jetzt gehört die erste stufe ist dann ländersache und die zweite eben auch sollte sich eine corona welle trotzdem weiter aufbauen und stellt ein landesparlament für das gesamte bundesland oder eine konkrete gebietskörperschaft anhand bestimmter gesetzlich geregelter indikatoren eine konkrete gefahr für die funktionsfähigkeit des gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen infrastrukturen fest können dort außerdem folgende maßnahmen angeordnet werden die massenpflicht bei veranstaltungen im außenbereich wenn ein mindestabstand von 1,5 metern nicht eingehalten werden kann sowie bei veranstaltungen öffentlich zugänglichen innenräumen verpflichtende hygienekonzepte bereitstellung von desinfektionsmitteln vermeidung unnötiger kontakte lüftungskonzepte für betriebe einrichtungen gewerbe angebote und veranstaltungen aus dem freizeitkultur und sportbereich für öffentlich zugängliche innenräume in denen sich mehrere personen aufhalten die anordnung eines mindestabstands von 1,5 meter im öffentlichen raum die festlegung von personen obergrenzen für veranstaltungen in öffentlich zugänglichen innenräumen das ist dann die stufe 2 welche parameter jetzt hier rangezogen werden die sind nicht explizit erklärt worden da gibt es also keine zahlen die genannt werden wenn zum beispiel inzidenz die und die stufe erreicht dann gilt es sondern das ist individuell das ist sehr sehr schwammig wie das dann die länder am ende entscheiden bleibt offen da sind wir gespannt wie das dann ab 1 oktober der fall sein wird ja und noch neu ist ja dieser hygiene beauftragte oder die person die jetzt eben in den einrichtungen eine gewisse kontrollfunktion übernehmen soll man nennt es hier neu vorgesehen sind sonderzahlung von 1000 euro pro monat dafür dass pflegeheime künftig beauftragte benennen müssen die sich um achtung impfungen hygiene und therapien für infizierte etwa mit dem medikament paxlovit kümmern die einrichtungen sollen für den aufwand 250 euro pro monat bekommen für beschäftigte die die aufgabe allein oder im team übernehmen soll es insgesamt 750 euro geben das betrifft jetzt ich zeige es euch noch mal ganz kurz den ersten punkt den wir hier oben dran gehabt haben und zwar in pflegeheimen soll es eben diese ja diese beauftragte geben die das ganze dann managen überprüfen kontrollieren ja wie auch immer das genau ausschauen wird haben auch noch nicht so genau eruiert werden aber auch nachfragen und dranbleiben was dann wirklich so diese aufgabe ist ist es dann wirklich die hygiene ich sage mal impfungshygiene und therapiepolizei paxlovit werbeverträger ich weiß es nicht wir bleiben dran wir fragen auch hier nochmal nach und es kommen immer so kleinere details heraus in diesem ganzen papier zum beispiel unter vorbehalt dass beschäftigte eben in pflegeeinrichtungen sich dreimal die woche noch testen müssen auch hier bleiben wir noch mal dran es ist ein dickes papier es wurden sehr viele änderungsanträge eingegeben alles wurde irgendwie schwammig formuliert also hier ist vieles offen ganz wichtig 1 oktober die grundregeln für ganz deutschland und dann können die länderchefs in ihren länderparlamenten dann noch mal die anderen regeln die verschärften ja beschließen und wir gucken doch mal wie ist denn dann heute abgestimmt worden also aus auf welcher grundlage und da kam doch tatsächlich noch vor der abstimmung im bundestag folgendes heraus denn die regierung will brisante coronadaten nicht rausgeben meldung aus der bild-zeitung da war nicht mal ein aufschrei heute im parlament am donnerstag lässt die ampelkoalition den bundestag über das geänderte infektionsschutzgesetz entscheiden und damit über weitreichende corona maßnahmen für den herbst und winter doch obwohl die regierung neue coronadaten von hoher politischer relevanz hat will sie bürger und abgeordnete vorerst nicht darüber in kenntnis setzen um was ging es es gibt eine studie die wurde von der bundesregierung beziehungsweise vom gesundheitsministerium glaube ich in auftrag gegeben man wollte eben feststellen wie ist denn jetzt eigentlich die immunität in deutschland das heißt geimpft genesen wer hatte schon kontakt mit dem virus und so weiter diese daten hat man und diese daten hat man aber den abgeordneten im bundestag vorenthalten denn da wären wahrscheinlich dann daten und fakten herausgekommen die die abstimmung heute wahrscheinlich beeinflusst hätten man weiß es nicht man hat auf alle fälle im im sommer oder vor der sommerpause gesagt dass man diese daten nehmen möchte um für die ja für die neuen regeln im herbst winter zu planen da sollten diese daten mit einfließen und jetzt sagt man vom bundesgesundheitsministerium nein diese daten waren dafür nie vorgesehen dass man die eben da mit reinfließen lässt und dann eventuell sich gedanken noch mal drüber machen lässt also das war nie relevant wir werden schauen was dann wirklich rauskommt wann die veröffentlicht werden auch hier haben wir eine anfrage ans bundesgesundheitsministerium gestellt was da drinnen steht die bild zeitung weiß es immer schon ein bisschen wir haben auch ein bisschen reinlesen können aber wir wollen es natürlich von offizieller seite ihr wisst keine fake news bei free truth media deswegen warten wir jetzt auf die offizielle antwort vom bundesgesundheitsministerium wir sind gespannt dann gucken wir uns doch mal das abstimmungsergebnis an wie war das denn heute ich habe mir das natürlich alles angeschaut ja von der spd die 206 mitglieder haben haben 199 mit ja gestimmt keine mit nein einer hat sich enthalten und 6 haben nicht abgegeben ja bündes 90 grüne 118 mitglieder haben sie davon haben 109 mit ja gestimmt keiner mit nein einer hat sich enthalten und 8 haben nicht abgegeben fdb hat 92 personen dort sitzen die abstimmen können davon haben 78 mit ja gestimmt 7 mit nein einer hat sich enthalten oder eine und 6 haben nicht abgegeben auch hier haben wir geguckt wer wie abgestimmt hat kommen wir gleich noch dazu afd 80 mitglieder natürlich 76 mit nein gestimmt und 4 haben nicht abgegeben die linke 39 mitglieder davon haben 38 mit nein gestimmt eine person hat sich enthalten und fraktionslos 4 mitglieder da haben 3 mit nein gestimmt und eine hat nicht abgegeben und da war ja im vorfeld immer so diese ganze Kubicki geschichte der hat ja relativ offen gegen dieses neue infektionsschutz gegen die neuen regeln ja gesprochen und wie hat er denn jetzt abgestimmt haben wir natürlich heute auch geschaut natürlich der Herr Kubicki hat mit nein gestimmt also er hat hier sein wort gehalten war ich skeptisch nachdem man natürlich diese bilder hier bei lauter bass twitter account wieder gefunden hat da hat er getwittert am 6 september ab jetzt trägt wolfgang Kubicki auch draußen maske habe ihn gerade beim rtl direkt fest überzeugen können da sieht man die zwei mit maske Kubicki und lauterbach der rest im hintergrund feiert und hat keine maske auf da habe ich mir schon angst und bange gemacht ob er heute wirklich so abstimmt wie er das im vorfeld auch gesagt hat hat er gemacht hat mit nein gestimmt und wir sind gespannt ob er maske im freien trägt übrigens paar dage vorher war sommerfest beim bundesgesundheitsministerium auch draußen im garten da hat keiner maske getragen auch nicht der herr lauterbach also ihr seht mal so mal so ja was war heute noch die afd hat auch einen antrag eingebracht und zwar dass eben die keine impflicht mehr für die soldaten besteht keine kobe 90 19 impflicht für soldaten wurde abgeschmettert da hat man gar nicht lange rum gemacht dann ja wie geht es denn jetzt in bayern weiter denn in bayern hat heute doch tatsächlich bayern hat tatsächlich die corona regeln mal verlängert der söder will lockern ihr wisst die ganze zeit tingelt er von volksfest zu volksfest in den bierzelten badet in der menge er scheut sich da ja gar nichts mehr oder er macht sich da ja gar keinen kopf mehr und er will auch keine maske mehr auf dem oktoberfest tragen und sehen und die corona maßnahmen in bayern werden um zwei wochen verlängert und laut gesundheitsminister holicek gilt die devise so viel wie nötig und so wenig wie möglich ministerpräsident söder macht sich derweil für corona lockerungen stark ja inwieweit bayern von diesem neuen spielraum gebrauch machen wird lässt holicek bisher offen ihr wisst eben diese ländersachen was sie dann entscheiden können wir beobachten die corona entwicklung genau und entscheiden je nach lage ob neue maßnahmen erforderlich sind oder nicht willkürliche vorab entscheidung gebe es nicht unsere devise heißt so viel wie nötig so wenig wie möglich derzeit seien die zahlen nach einem corona sommer mit hohem infektionsgeschehen vergleichsweise niedrig sagt der minister ab der herbst und wahrscheinlich wahrscheinlicher anstieg der infektionszahlen stehe vor der tür darauf muss man vorbereitet sein unser ziel ist vor allem vulnerable gruppen zu schützen und der söder pocht auf eigenverantwortung der ministerpräsident markus söder lehnt aktuell strenge staatliche vorgaben ab deutschland sei mit omikron und in einer anderen phase der pandemie als beispielsweise vor einem jahr als die extrem gefährliche delta variante für volle krankenhäuser gesorgt habe sagt er bei maisberger in der ad und das habe ich euch natürlich auch rausgesucht hören uns mal an was hat er denn bei der frau maisberger alles so losgelassen wir müssen das natürlich archivieren denn wenn er sich ab 1 oktober wieder dann ja um 180 grad dreht dann können wir ihn das dann mal vor die nase halten also schauen wir mal was hat er denn bei maisberger gesagt der herr söder gehen wir zum maskenfreien ministerpräsidenten von bayern und csu-chef herzlich willkommen markus söder guten an der ministerpräsident sie waren bei corona in meinem team vorsicht beim oktoberfest sind sie jetzt war es das team gaudi nein das team angemessen so wie es gerade von vorlau gesagt wurde wir haben doch zwei phasen gehabt wir haben noch im letzten jahr die zeit eine pandemie gehabt und eine mutation die war extrem gefährlich delta wuchs in die krankenhäuser nein und bei omikron war das nicht der fall werden vor wenigen wochen jetzt das zweitgrößte volksystem bayern das gol bodenfest nein in straubing da hat es danach schon infektionen gegeben ja aber kein nennenswertes hineinwachsen die krankenhäuser und deswegen finde ich es ganz klar es gibt auch keine gesetzliche regel der bund hat entschieden es gibt keine gesetzliche regel ich halte es genauso wie die anderen die sagen man soll selber entscheiden wenn man hingehen kann es ist nicht mehr wie zum beginn der pandemie da gab es keinen impfstoff da gab es keine masken man konnte sich nicht testen lassen und deswegen jeder der möchte kann hingehen und ich habe jetzt keine großen bedingungen es gibt natürlich auch menschen die warnen einer kommt aus münchen der ist der direktor der virologie der uni münchen oliver keppler und der sagt folgendes das nun mal größte volksfest der welt kann millionen neuinfektionen innerhalb von zwei wochen im großraum münchen ermöglichen das ist synchronisiertes superspreading mit weltweiter sichtbarkeit ist ihnen das egal diese fachliche einschätzung nein aber erstens steht da das wort kann drin und nicht wird zweitens ist die gesetzliche grundlage vom bund gelegt worden wir leben ja seit einem jahr dass er lautabach und der buschmann so ein ganz spannendes team sind ja jeder weiß es total anders als der andere am schluss kommt aber immer ungefähr das raus was was buschmann meint und und lautabach wagen dann die ganze zeit davor aber die reale situation in den krankenhäusern ist eindeutig also ich sage genau ganz 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 direkt wenn es eine andere mutation gäbe wäre die lage anders dann hätte auch die stadt münchen anders entschieden aber wir sind echt in einer anderen phase dieser pandemie wir sind wirklich in der phase mehr der eigenverantwortung und ich finde es wäre völlig unangemessen in der gleichen form wieder die regeln zu machen und diese ganze diskussion um absperren zusperren verbieten die hat jetzt echt ein ende und ich finde tatsächlich auch ist relativ absurd warum man im flugzeug keine maske tragen soll aber im fernverkehr bei der bahn soll man eine tragen und wir werden auch relativ bald eins überlegen müssen sind die strengen quarantäne das wäre nämlich eine nächste frage da sind diese noch angemessen dahin und das könnte dann sein dass sie dann quasi mit der bayerischen staatsregierung riskieren dass alle dann zehn tag in quarantäne sind und einfach die hälfte der bayerischen bevölkerung die auch am oktoberfest ist ist es das wert ja also erst mal muss ich sagen wenn keine so eine gefährdung ist wie sie vorher war ja aber man kann sich ja infizieren ja man kann sich infizieren das kann alles sein aber noch mal das gesetz ist vom bund gemacht von der ampel nicht von mir und die quarantäne würden sie die gerne abschaffen das wohl nicht abschaffen man muss überlegen die zu flexibilisieren also die jetzige form wie die quarantäne ist ist auch der gefährdungslage eigentlich nicht mehr angemessen selbst neue ja kürzer eben einfach das ganze machen und auch danach gehen ob symptome da sind oder nicht das wäre glaube ich besser weil jetzt sind zum beispiel rein weil es leute dann in quarantäne die überhaupt oder wenig symptome haben und da könnte man auch andere möglichkeiten finden dann mit maske ich finde wirklich habe mir wirklich damals das ganze losgegangen ist auch mit der bundeskanz zusammen haben wir echt entschieden weil jeden morgen waren die todeszahlen enorm es gab keine schutzmaßnahmen es gab keine impfung nichts wir wussten ja gar nicht was damals war da waren übrigens alle die heute so schlau reden irgendwo aber nicht in der entscheidung jetzt ist die situation einfach eine andere die gefährdungslage ist anders klar ist ansteckend aber nicht mehr so gefährlich und irgendwo muss man angemessen sein es geht um grundrechtseinschränkungen und wenn sie mir das noch gestatten mit erleben wir ohnehin jetzt außer der der krise die jetzt ja noch viel stärker glaube ich werden wird als corona erleben wir ständig diese 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 diskussion wie viel soll man verbieten und nicht lassen wir den menschen haben jetzt genug erfahrung mit corona ein bisschen mehr eigenverantwortung und eigenschoss so wir reden über risiken des lebens zu risiken wow habt ihr das gehört über was der herr söder hier bei der frau maischberger redet eigenverantwortung ja grundrechte wir sollen einfach jetzt wieder die eigenverantwortung in bayern zurückbekommen wir schauen einfach mal wie es denn dann nach dem oktoberfest ausschaut ob er sich daran dann noch erinnern kann oder ob das nur so lange gilt wie das oktoberfest vorbei ist aber muss auch eines bedenken in bayern sind wahlern nächstes jahr wer rudert denn da ums eck das ist der herr söder schauen wir mal wir bleiben dran und noch vielleicht so kurz als nachtrag zu dem was heute so entschieden wurde wie die länderchefs dann eben ihre neuen maßnahmen die sich selber entscheiden können ja auf welche grundlage sie es entschließen können es gibt also jetzt ein abwasser monitoring dieses rki kriegt jetzt eine ja ein wie soll ich sagen eine neue plattform aber es muss jetzt die betten anders erzählen wer ist mit corona wegen corona und so weiter also all das sind parameter die man heute genannt hat nachdem dann eben die länderchefs entscheiden können aber eben alle frei und alle ohne grenze also es gibt keine zahl wo der länderchef dann entscheiden muss oder es ins parlament bringen muss ist es alles frei also von sofern könnte der herr söder jetzt auch die maskenpflicht im öffentlichen nahverkehr aufheben denn auch er versteht warum es im flugzeug ist nicht mehr ist aber eben am boden dann wieder da hat man dann heute erklärt dass das eben so ist wenn dann die flugzeuge über die ländergrenze fliegen dass man das ja dann blöd findet wenn man deutschland startet mit maske und dann eventuell nach frankreich fliegt und an der grenze die maske abnehmen müsste oder rumgedreht ja auch der zug fährt über die grenze und der zug macht auch die türen auf und zu also ihr wisst es ist ein wahnsinn wir schauen einfach mal was die länderchefs machen ganz spannend markus söder nach dem oktoberfest das war bei maisberger hat er so losgelassen hat an die grundrechte in mir weil wieder appelliert ja herr markus söder wir bleiben dran er möchte auch die isolation lockern lange zeit für eine strenge corona linie plädiert er war der hardliner sprach sich für weitere lockerungen aushandlungsbedarf sieht er beispielsweise bei der isolationspflicht für corona positive wir werden auch relativ bald überlegen müssen ja sind die strengen quarantäneregeln die wir jetzt noch angemessen die wir noch haben angemessen er wolle sie nicht abschaffen aber flexibilisieren und er plädiert auch für die abschaffung für die impfpflicht in den pflegeberufen also im krankenhaus etc er möchte das weg haben sie heute auch im bundestag die union mehrmals auch betont dass die ampel diese impfpflicht in die einrichtungsbezogene impfpflicht abschaffen soll maskenpflicht entzügen das hat man schauen wir einfach mal das ist jetzt so das zusammengefasste von ja bayern und von berlin was da heute los war und noch ein ganz wichtiger hinweis an alle eltern hier in bayern die schule geht bald wieder los und heute hat der holle check der gesundheitsminister noch mal getwittert noch mal veröffentlicht in bayern müssen die schüler zum schulbeginn in der kommenden woche keine corona maske tragen bayerns gesundheitsminister klaus holitschig schrieb bei twitter ein wichtiger corona hinweis an alle schülerinnen und schüler sowie an ihre eltern an den schulen in bayern gibt es zum schulstart keine maskenpflicht also liebe eltern da draußen druckt euch das aus nehmt euch das mit und wenn der schulleiter die lehrer etwas anderes haben möchten verweist ihn doch auf den gesundheitsminister von bayern keine masken zum schulstart in bayern ja auch darüber wurde heute noch an abgestimmt in berlin es war ja es ging jetzt mal hauptthema natürlich die haushaltsdebatte im vorfeld dann eben die das neue infektionsschutzgesetz und in diesem zuge der abstimmung kamen dann noch der eben der afd-antrag gegen die soldatenimpfpflicht abgeschneppert wurde und auch dieser antrag hier wurde abgeschmettert denn die gaspreisanpassungsverordnung mehrheitlich abgelehnt wurde ein antrag der unionsfraktion in diesem diese ja die forderten eine unverzügliche aufhebung der gaspreisanpassungsverordnung der bundesregierung abgeschmettert dann hat der herr spahn getwittert die ampel will ihre chaosumlage durchziehen soeben hat sie den antrag zur aufhebung der gasumlage abgelehnt sie verpasst eine chance neben handwerklicher fehler wird dass die bürger teuer zu stehen kommen auch konzerne mit gewinne profitieren und dann gab es noch eine wichtige geschichte und zwar von den linken die haben gefordert einem antrag weg mit der gasumlage aufhebung der gaspreisanpassungsverordnung auch der wurde heute abgelehnt von der ampel das war noch so die eine der entscheidungen hier heute in berlin es war viel los aber das nur so vollständigkeitshalber als es ging sowohl um corona aber eben das waren auch wichtige anträge die da abgeschmettert wurden es war da wirklich heute full house was haben wir noch ja wir gucken mal noch kurz nach england denn da gibt es eine neue gesundheitsministerin und zigarren sektfoto mit versautem oberteil von neuer uk gesundheitsministerin bin kein vorbild sie gibt es wenigstens zu großbritanniens neue regierung gesundheitsministerin raucht und ist übergewichtig hier haben wir ein foto von ihr die uk's new secretary of state for health die streets right themselves ja spricht für sich selber sie raucht sie trinkt sie hat übergewicht sie steht dazu dass sie kein vorbild ist das nur so am rande noch mal so zum nachtrag ja und ich denke das reicht für den start jetzt wieder nach unserer sommerpause ja ich wäre gerne in ja jetzt wieder gestartet und hätte heute das in berlin anders vernommen hätte mir gewünschen dass die abstimmung anders da gelaufen wäre aber so gehen wir wieder in den herbst und winter wieder mit corona und es bleibt jetzt einfach spannend und für uns auch sehr sehr wichtig immer zu gucken was machen jetzt die einzelnen länder die einzelnen ministerpräsidenten die einzelnen länder kabinetts wie entscheiden sie was kommt da auf einen zu und ganz spannend wird wenn man natürlich ländergrenze technisch wohnt das heißt du fährst jetzt von bayern nach baden württemberg und hast in einem land diese regeln im anderen dieses also es wird unglaublich und jetzt muss sich einfach jeder mal überlegen wie er damit dann im herbst und im winter umgeht zwinker ja dann sind wir morgen natürlich wieder vor euch da das war es mal so mit dem themen für heute ich denke das wichtigste haben wir eingepackt und da kann man sich jetzt so ein bisschen orientieren morgen geht es dann natürlich in dem wahnsinn weiter ihr wisst wir haben noch so viele themen energie haben wir noch ukraine russland konflikt ach gott es bleibt ja wirklich immer wieder turbulent und spannend jeden tag kommen neueste meldungen neueste verrückte meldungen man weiß gar nicht wo man anfangen soll aber ich habe mir heute vorgenommen langsam anzufangen mit dem wichtigen thema auch wenn es jetzt nicht das schönste thema war aber hey da müssen wir durch und ihr wisst doch wir kommen da zusammen durch nehmt die informationen teilt liked kommentiert wie immer verteilt die informationen kommt in den telegram kanal diskutiert darin mit uns und ja ansonsten kann ich heute gar nicht mehr viel sagen ich habe mich gefreut auf die erste sendung nach der pause ihr seht auch wieder mit live bild ihr könnt mich wiedersehen für alle die sich gewundert haben was war los ja wir haben uns mal eine auszeit genommen natürlich muss man sich zu gegebener zeit dann mal ein bisschen luft schaffen wir haben im hintergrund viel gearbeitet viel geguckt viel ja auch mit der pressestellen jetzt uns registriert und ja wir sind da unwahrscheinlich tätig möchte gar nicht so viel immer vor im vorfeld da reinbringen ihr werdet sehen wir geben uns mühe dort immer wieder oder noch mehr bessere und direktere informationen für euch zu bekommen und ja informationen wisst ihr sind wichtig damit ihr euch euer bild machen könnt und mit mit diesen informationen dann auch entscheidungen treffen könnt bundes pressekonferenz da gibt es ein news da gibt es ein update wir waren dran wir wurden abgelehnt das war auch keine überraschung auch im bundestag die akkreditierung ich kann auch nur sagen die ist gar nicht so einfach wie man sich das vorstellt da gibt es nur gewählte presseausweise die man anerkennt aber auch da muss man kurz luft noch ein bisschen in fahrt trockene luft also auch da sind wir dran ist nicht so einfach wir lassen uns überall akkreditieren gucken mal wo kommen wir denn noch näher an die betreffenden personen hin wo können wir unsere fragen stellen der habe kommt bald ich glaube nach würzburg da werden wir natürlich dabei sein und ansonsten schauen wir einfach mal was die zukunft bringt wie es mit free to media weitergeht ich bin mir sicher die themen gehen uns nicht aus und ich bin auch wirklich stolz auf unsere zuschauerinnen und zuschauer ich finde es toll dass ihr über die zeit jetzt wirklich so treu geblieben seid und im kanal euch so toll ausgetauscht habt ein paar haben uns verlassen aufgrund vom urlaub aber das ist okay vielleicht kommen die auch wieder zurück ansonsten freut mich jetzt einfach wieder hier zu sein bei euch zu sein und vor allem auch euch die informationen zu geben und ja ihr wartet jetzt alle natürlich gespannt auf den gedanken zum schluss weil auch der war und ist immer wichtig das ist so mein gedanke das ist so mit dem ja was in meinem kopf rum geht da hört dann der journalismus auf und dann geht es dann auch ein bisschen ins persönliche und ich muss ganz ehrlich sagen mein gedanke zum schluss heute dreht sich natürlich auch um die neuen regeln im oktober und ich war heute überrascht über die debatte ich hätte ich habe gedacht es geht in eine andere richtung heute wirklich weil es waren schon gute beiträge da ob das jetzt von sarah wagenknecht war ganz toll gesprochen die afd hat sieben einzelbeiträge gemacht anstelle einem beitrag von sieben sieben mal eine minute und auch von der cdu csu waren gute beiträge wo man gedacht hat das könnte heute eng werden jetzt ist es wieder durchgegangen jetzt könnte man hinstehen und könnte sagen wieder frustriert kopf in den sand aber genau das werden wir nicht tun weil jeder entscheidet jetzt macht er mit macht er nicht mit und ihr wisst wir sind eine große gemeinschaft wir sind viele menschen und wir werden auch immer mehr menschen denn wenn jetzt wirklich jeder dreifach geimpfte ab 1. oktober tatsächlich ein ungeimpfter ist dann werden wir ja auf einen schlag millionen mehr und dann schauen wir mal wer zum vierten mal zum impfen geht wer das ganze noch mit macht und vor allem welcher länder oder welcher ministerpräsident welche ministerpräsidentin sich jetzt da noch darauf einlässt im oktober andere regeln schärferegeln zu machen da gucken wir deswegen wir bleiben positiv und wir bleiben in der mitte mein gedanke zum schluss ist genau der bleibt positiv bleibt in der mitte und wir gucken einfach mal wie es weitergeht und zusammen kommen wieder durch tolle gemeinschaft und wenn wir bei draußen dann treffen wir uns halt draußen wieder ihr wisst doch wir finden immer mittel löse lösungen und wege uns zu treffen uns auszutauschen und vor allem ja uns zu vernetzen und uns kraft zu geben und vor allem uns zu informieren und nach wie vor free to media macht vollgas für euch morgen sind wir wieder da ich sage danke fürs zuschauen danke fürs teilen liken kommentieren danke fürs treu bleiben auch während der urlaubspause und danke an alle die die viel to media unterstützen und wenn auch du uns unterstützen willst schauen die kanal info bei youtube oder bei odyssey da kann man erfahren wie es geht schaut auch mal bei facebook vorbei und ansonsten ganz wichtig abonniert den telegram kanal das war's und ihr wisst was kommt durchatmen am ersten tag bleibt in der mitte wir sind viele wir werden immer mehr ab oktober noch viel viel mehr und vor allem bleibt informiert schaut in alle richtungen und ja wenn man gut informiert ist kann man gute entscheidungen treffen in diesem sinne danke bis morgen euer dirk von free truth media ja ja Vielen Dank.